Good morning in the morning, ich bin die frückte Hente und willkommen zurück zu einem erneuten Let's Play mit 2.2 Animal Park und Scheune voll, oh nein, oh nein, was machen wir? Ich habe Probleme, ich habe Probleme. Ja, das Dings-Event ist vorbei, das Dr. Wernig-Event und jetzt habe ich Scheunenplatzprobleme. Wir gucken mal, ich müsste eigentlich, nee, habe ich keine größere Scheunenkarte. Ist das nicht irgendwie so ein Standardding, was man machen kann? Super, super kann ich nicht. Das ist halt ein Riesen-Ultra-Problem, also guckt mal, wow, ich habe einfach 200 zu viel. Und wieso habe ich 62 Bronze? 62 Bronze ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Gucken mal hier rein, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, Dr. Wernig-Event ist vorbei. Ich habe als Thumbnail eingeblendet, was ich alles bekommen habe. Und ich muss hier ganz klar sagen, ich weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden bin. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir, achso, ich kann es nicht abholen. Ob ich beim nächsten Mal wieder, Moment, wir machen mal eben, wir leveln das mal, ob ich mir das nächste Update ziehe. Also, das nächste Dr. Werner-Ding, weil ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt das hier, weil ich muss einfach die Barren wegkriegen. So. Wow, ich kann es sogar nochmal leveln. Ähm, ich will aber lieber, glaube ich, hier Textilfabrik. Nee, Stufe 14, machen wir XP. Oder machen wir mal Geld. So. Dann machen wir Schneiderei. Äh, machen wir auch mal Geld. So. Hm, ich glaube, das war es, oder? Nee, es geht noch mehr. Schuhfabrik geht auch noch. Oh Mann, nirgendwo geht Zeit. Bin ich echt ein bisschen traurig. Ich meine, Zeit ist gut und wichtig, aber, äh, Geld ist gut und wichtig, aber Zeit ist mir lieber. Na, dass es schneller fertig ist. Das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Dass die Sachen schnell fertig sind. So, dann tausche ich hier mal ein bisschen was um. Nein, das geht nicht, obwohl es dann weniger wird. Oh nein, das ist aber gemein. Also, das ist, ähm, das ist wirklich gemein. Gut, dann machen wir halt ein bisschen Futter. Dann haben wir auch schon ein bisschen weniger. So. Und dann schicken wir jetzt hier nochmal was weg. Okay, es sind nur zwei. Einfach nur zwei. Ähm, gut, Futter habe ich jetzt gerade nicht. Dankeschön, Lottenberg! Guck mal, habe ich direkt erkannt. So, ähm, können wir was wegschmeißen? Oh Mann, das ist echt schwer, ne? Und auch ein bisschen gemein. Ne, nicht erweitern. Verkaufen. Verkaufen. Also, das mache ich halt echt ungern. Verkaufen. Verkaufen. Aber was soll ich sonst machen? Verkaufen. Verkaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verkaufen. Guck mal, jetzt kommen wir so ganz langsam in den Bereich, wo ich überhaupt wieder ein bisschen was machen kann irgendwo. Hier, die verkaufen wir auch. Die verkaufen wir auch. Kartoffeln verkaufen wir. Die verkaufen wir. So, jetzt sind wir bei, jetzt kann ich zwei Sachen annehmen. Also, wir müssen noch das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. So, jetzt kann ich wieder ein paar Sachen annehmen. Und jetzt können wir nämlich auch hier tauschen. Dann haben wir direkt auch wieder ein bisschen mehr Platz. Dann kann ich auch die Züge entladen. Ja, Dr. Werne Event. Ja, das nächste Event ist ja dann so ein Astronauten Event. Moment, da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. Ich werde auch wahrscheinlich noch mal ein Video machen. Noch ein paar Bilder zugeschickt bekommen. Muss ich allerdings mal gucken. Muss ich mal gucken. Moment, ich sammle das mal eben ein. Zack, zack. Schicken wir das weg. Ja, muss ich gucken. Das ist echt schwierig. Ich habe ein Doppeltgeld für Flugzeuge gehabt. Null genutzt. Wirklich null. Ich habe es einfach gar nicht. Gesundheit, dankeschön. Ich habe wirklich nicht ein Flugzeug weggeschickt. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja, eigentlich war das nicht nur ein bisschen ärgerlich. Das war richtig ärgerlich. Geärgert habe ich mich da sehr. So, wir gucken mal weiter. Typ, 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 typ. Es gibt nicht viel zu tun heute. Ich könnte die Fabrik halt abholen. Das mache ich aber nicht. Das mache ich morgen. Also, morgen hole ich die Fabrik ab. Mache ich ein einzelnes Let's Play von. Heute war einfach nur, ich gucke mal rein, damit mal wieder ein kleines Update kommt. Ne, schicke ich nicht da hin. Schicke ich Fisch holen. So, Fisch holen bitte einmal. Ich glaube, heute spiele ich nicht mehr. Vielleicht ist morgen auch das Update schon da. Dann mache ich ein Video dazu. Also, manche Leute haben es ja schon, manche nicht. Ja, es ist ein bisschen schade, dass sie es nicht so hinkriegen, dass alle zur gleichen Zeit das haben. Weil es ist natürlich, ich sage mal, ein bisschen ungerecht. Ne? Ähm. Ja, es ist schon ein bisschen ungerecht. Also, ich hätte auch gern das, das, ähm, Update jetzt schon natürlich, allein schon fürs Video. So. So. Es soll auch so weihnachtlich werden jetzt, ne? Also, so richtig Weihnachten und alles. Und das, das ist natürlich schön. Das will man eigentlich haben. So, aber, es ist was anderes da. Und zwar, ähm, das mache ich auch. Vielleicht heute, kommt aber ein anderes Mal hochgeladen. Äh, Minen-Event. Jetzt muss man gucken, wie lange das geht. Zwei Tage, 17, äh, Stunden. Also, da habe ich Zeit. Habe ich Zeit. Kann ich morgen machen? Kann ich heute Abend machen? Kann ich machen, wann ich will? Ist wieder safe. 200 T-Cash. Das heißt, ich habe wieder direkt 1800. Das ist auf jeden Fall cool. Schade, dass man dieses Event nicht mehrfach machen kann. Wenn man das mehrfach machen kann, oha. Ich will ja nicht sagen, dass ich dann viel T-Cash hätte, aber. Äh, dann, dann hätte ich viel T-Cash. Also, wirklich. Ich bin echt gespannt aufs Dr. Werner Event, ob. Also, wir werden es zusammen auch durchgehen. Kann sein, dass also an dem Tag dann ein oder zwei Videos kommen. Wenn dem der Fall ist, guckt auf jeden Fall, ob ihr eins verpasst habt. Wenn ihr Bock habt, mehr zu gucken oder so. Kann nämlich sein, dass ihr dann für ein Video keine Benachrichtigung bekommen habt oder so, ne? So. Zack, zack. Zack, zack. Und, wenn ihr Bock habt auf Essens-Videos, wie ich mir sämtliche Schnabbo-Fazzo-Sachen genehmige, gönne, ähm, auf meinem anderen Kanal tue ich sehr viel verköstigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sind auch ganz interessante Videos bei, von ganz interessanten Produkten. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust auf sowas. So, mal gucken. Zack, 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 zack. Ne, das kann ich nicht machen. Ach, es ist im Moment echt schwer für mich, auch hier Produkte zu... Ne, hab ich alles nicht. Wir können jetzt hier das noch einsammeln und, ähm, auf jeden Fall hier wenigstens nochmal ein bisschen was herstellen. So. Ja, aber ansonsten gibt es für mich aktuell nicht sehr viel zu tun. So, die füttern wir noch, die füttern wir noch. Ähm, ja, Regatta sind wir, uff, ganz weit hinten gelandet. Ich weiß gar nicht, ob wir immer noch, ja, Platz 15... Ich glaube, damit sind wir abgestiegen, ne? Hm, ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ist aber nicht so schlimm, also nicht so dramatisch. Ähm, ich habe auch hier schon was gekauft. Ich habe ja alles schon. Von den Dingern, hier, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Dann habe ich jetzt das gekauft, damit ich überhaupt wieder ein bisschen Platz habe, weil ich habe schon wieder 600 Punkte gehabt. Ja, aber den Rest hier, was soll ich mit den Ziegeln, Farbeimern und, äh, ja, das habe ich nicht gekauft. Das habe ich nicht gekauft. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier rein, ob ich jemandem helfen kann. Und dann sind wir durch heute. Dann sind wir durch. So, ich muss mal eben gucken. Guck mal hier, der hat Schnee gemacht. Alter Schwede! Leon, was ist denn hier los? Ne, da gucke ich jetzt nicht. Da muss ich vielleicht mal persönlich mal ein Video machen. Leon hat aber schön da. So, das können wir auch geben, auch wenn ich das Brot eigentlich immer selber brauche. Oh, Sweet Hollow. Ich, ich sage es euch. Sweet Hollow ist eine begeisterte, ähm, Essenstesterin, Guckerin. Ja, das ist ein komisches Wort, ne? Essenstesterin, Guckerin. Die guckt meine, meine Essensvideos und findet die ganz gut. Und die ist auch im Discord. Sehr aktiv. Ja, ja, ja. Boah, ist auch voll hier, ne? Krass. Wow. Ähm, sehr, sehr aktive im Discord. Link versuche ich mal unten zu verlinken. Ähm, falls ich es nicht wieder vergesse. Guck mal, der Kai, der braucht auch was. Und guckt die Dingsvideos. Ach, guck mal Kai, ich mache das nur für dich. Gebe ich dir meine Karte. So, obwohl das nur Zucker war, ne? Hätte ich auch, äh, ja. Ja, egal. Ich mag die Karten eh nicht. Ich brauche die nicht. Immer wenn ich diese Karten habe, denke ich mir so, ach komm, weg damit. Weg damit. Braucht kein Mensch. Diese komische Karte. Ja, heute auch keine Facecam, kein Nix, kein Geschnitten. Wie gesagt, kommt im nächsten Jahr definitiv, wenn ich mein Büro fertig habe, kommt nur noch. Nur noch. Ich möchte trotzdem Danke sagen an meine Kanalmitglieder. Ups, was habe ich denn hier gemacht? Ne, also generell natürlich Danke an alle Mitglieder sowieso, die, ähm, unterstützen, aber ich habe das da reingeschrieben, dass die, die den höheren Rang haben, dass ich die auch mal in einem Video erwähne. Ach Mann, wieso habe ich denn hier keinen Platz? Darf nicht wahr sein. Moment. Und deswegen Danke an die Endenbande, Katharina, Elena und, äh, Moonlady und Danke an ZackZack, CrazyDuck, Eva Mayer und, ähm, Galadriel. Vielen Dank für den Support. Das hilft momentan echt sehr, weil ich mir ja gerade was aufbaue mit den ganzen Kanälen und denke, wir kriegen auch einige mit. Ähm, genau. Morgen kommt dann hoffentlich das Update oder die Mine. Ne, ne, also es kommt definitiv ein Video, entweder Mine, 200 T-Cache, Update oder neues Event, hoffe ich ja auch, dass es kommt, ne, neues Event, bitte. Oder, 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 also ich glaube, in den nächsten Tagen werde ich einiges an Videomaterial machen können. Ich hoffe es. Ne, war ja jetzt länger nix, aber ich hoffe, es kommt erst bald. Ich bin damit raus, bis bald, eure Hände. Tschüss.